Wofür ist der Gepard so bekannt? Der Gepard ist das Tier an Land, das am schnellsten laufen kann. Zwar nicht besonders lange, aber so eine kleine Weile kann er fast so schnell laufen wie ein Auto auf der Autobahn. Meine Güte, das ist schon ganz schön schnell und das kann kein anderes Tier.